Hallo und herzlich willkommen zurück zu die GD3 mit meiner bereits fünften Staffel und der nun 116. Folge. Bevor es aber losgeht, wie immer erstmal ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an Shuri Traub. Shuri Traub hat nämlich am 10.10.2021 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nr. 606. Shuri verschwindet jetzt aber wieder und wir blicken hier auf einen sehr wichtigen Tisch. Auf diesem Tisch hier lag vor ungefähr 20 Jahren im Frühling 1400 genau diese Mitteilung. Allerdings stand da nicht Sir Wulz und die Lady of Magdeburg, nein. Denn damals standen dort Robin und Angelika, denn sie wollten heiraten. Sie haben geheiratet, sie haben drei Kinder bekommen, sie sind sogar schon Oma und Opa geworden. Und kurz vor der wörtlichen Machtsteigerung von Angelika, kurz bevor sie ein Amt, ein Moment, ein Amt innehaben konnte, verflucht. Kurz bevor sie auch ihrer Rivalin der Ruth 1 über die Birne ziehen konnte, im bürokratischen Sinne ist sie leider mit jungen 36 Jahren verstorben. Sehr traurig und sehr tragisch, aber wir können nicht warten, wir können nicht jetzt einfach ruhen. Wir müssen natürlich unseren Frust umwandeln in Energie. Und deswegen wird Robin nach Hause gehen. Währenddessen wird sein Sohn, unser Hannes, denn er kann es, einfach aus Rache heraus der Ruth versuchen, bürokratisch eins über die Birne zu ziehen. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Bewerben, ja. Sie mögen Friehen ruhen und Hannes wird ihr Erbe weitertragen. Können wir uns gerade zufällig noch woanders bewerben? Nein. Also es wäre möglich für Robin jetzt das Amt zu wechseln auf Zeugmeistern, Wachobmann bringt aber nichts. Obwohl, doch es brächte ein Aufstieg für ihn. Wir hätten dann mehr Punkte. Und ein höheres Gehalt hier in dem Fall. Ja, ja, sogar deutlich mehr Einflusspunkte. Die Huldermeier würde abstimmen. Wir haben null Ansehen bei ihr. Okay, also hängt es wirklich an der Bürgermeisterin. Oh, und ich sehe gerade, Kämmerer und Sehneschein sind beide frei. Wann ist hier die nächste Amtsbewerbung möglich? Heute um 16 Uhr. Alles klar. Dann hat sich das erledigt. Ah, hier schon durch, okay. Hier ist noch kein Bewerber drauf. Alles klar. Also, wir merken uns 16 Uhr. Definitiv 16 Uhr. Dann versuche ich Robin nämlich zum Sehneschein werden zu lassen. Und dann stehen wir schon auf der Liste der Kandidaten zum Landesherrn. Das ist sehr schön. Okay. Ansonsten muss ich jetzt immer wieder mal vormittags und nachmittags in den Ämterwurm reingucken, glaube ich. Um zu gucken, dass ich unsere anderen Verwandten da reinbringe. Aber nun gut. Vor 20 Jahren hat es angefangen. Wir führen es weiter. Wir werden Angelika in Ehren halten, indem wir diese Route bekämpfen. So, genug mit der Schnülzerei hier. Wir haben was zu tun. Ich habe kein Geld schon wieder. Auch mal. Jemand hat die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. Lass mich raten, Ruth. Oh, nein. Diesmal Gödenheimer. Oh. Dies ist jetzt aber unhöflich. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dies, ähm. Mag ich mal so gar nicht. Nun gut. Wir brauchen natürlich für unseren Robin eine neue Frau. Geht nicht anders. Er kann nicht so alleine sein. Er braucht jetzt definitiv auch Trost. Von empathischen Ohren. Möglichst großen empathischen Ohren, weil er hat viel zu erzählen, natürlich. Sehr viel Trauer trägt er jetzt in sich. Das heißt natürlich, er bekommt, sobald ich ihn hier finde, da, bekommt er wieder einen Waschlappen. Und für den Blumenstrauß habe ich jetzt dummerweise keine Wildrosen. Jetzt müssen wir nochmal Wildrosen kaufen. Moment. Marktplatz. Da. Das geht schnell. So, 16 Uhr. Nicht vergessen. Das ist jetzt ingame in 5 Stunden. Oh. Wenn wir jetzt noch Sehneschall werden. Dann stehen die Chancen echt gut. Wenn er überlebt. Wo man merkt. Ich klopfe mal lieber auf Holz. Dass wir es echt noch bis zur letzten Sonntagsfolge schaffen. Landesherr zu werden. Hier, Wildrosen. Nimmst du mal 10 Stück. So. 200 Gold, alter Schwede. Das geht schnell. Auf nach Hause mit dir. Ha, nur 199. Ich habe ein bisschen falschen Bonus gehabt. Ein ganz kleines bisschen. Ein Prozent oder so. Warte mal. Wo steht denn gerade mein Bonus? Der steht bei 2. Wow. Alles klar. Gut. Lag die hier mal kurz ab. Stell dann mal kurz. Welche her? Ach, Moment. Das kann er jetzt ja gar nicht. Er ist ja eigentlich woanders angestellt. Ah, wie doof. Ist gerade jemand zu Hause, der das machen könnte und erwachsen ist? Ja, die Daniela. Dessen Mitgift ich total vergessen habe. Feierabend? Was ist das? Äh, warte mal. Ich bin so doof. Habe ich. Ihr wünscht mich zu sprechen? Hier bist du gerade. Ihr seid ja beide noch in der Kirche. Hoppla. Ähm. Geht mal nach Hause. Feierabend? Das geht schnell. Ich habe so gewusst, dass ich die vergessen werde. Alle beide. Ich habe so gewusst. Ah, wie doof. Ah, jetzt sind die auch da draußen. Ah. Ah. Ja gut, es dauert nicht lange, bis sie da sind. Ah. Und wenn er da ist, ist er wieder Angestellter, der Laurentius. Und dann kann er mal eben schnell die Blumensträußer herstellen. Das ist doch schon mal sehr wichtig. Die Daniela. Ich bin gerade beschäftigt. Geht mal ihre Mitgift verkaufen hier am Altstädter Markt. Ich eile. Ja, ja, eile. Eile und Weile. Denn man hat hier gleich noch ein bisschen Blumen zu pflücken. Was ist? Äh, wir können ja schon mal gucken, wie stehen gerade die Chancen. 78. Es ist mir eine Freude. Es ist mir eine Freude. Hätten wir eine möglichst junge? 84. Magdalena. Level 3. Ja, passt. Die Magdalena merken wir uns mal. Hüpp. Was? Ähm. Ähm. Ich habe nur das Cape gedrückt. Okay. Äh. Sind sie schon da? Ich kann. Ich kann. Nein. Und ich wollte auch eigentlich Laurentius wählen. Ach, wie ärgerlich hier. Moment. So. Trollinger haben einen neuen Titel erworben. Können sie gerne machen tun, solange sie es nicht gegen mich verwenden. Trollinger war bisher mir gegenüber sehr unhöflich. Bewerberliste geschlossen. So, jetzt müsste ich doch abstimmen können. Ach, nein. Doch. Doch. Klar. Klar. Für unseren Sohn. Natürlich. Gegen die verhasste Ruth. Wir treffen natürlich die Entscheidung. Natürlich für unseren Sohn. Bisher hat noch keiner abgestimmt. Oder keiner möchte, dass der Posten besetzt wird. Hm. Eigenartig. Schauen wir mal. Wir sehen es ja dann sofort an dem orangenen Namen, wenn er den Torwächter hier zu stehen hat darüber. Also über seinen eigenen Namen. Ei, 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 ei. Ich fände es wirklich gut, wenn es wirklich so ist, dass es einen Ansehensbonus gibt bei der Bewirtung. Weil wenn Hannes wiederum der Wirt selbst ist und die Amtsinhaber gehen bei ihm was trinken und essen, ist das natürlich Optimum, ne? Aber ich weiß echt nicht, ob das immer noch so ist. Vielleicht sehen wir es ja mit der Zeit. So, Laurentius, lauf bitte ein wenig schneller. Wir haben zu tun. Daniela geht schon zum Markt. Jemand mag euch nicht. Was denn? Wer denn jetzt schon wieder? Was hab ich euch denn getan? Ich trauer doch nur um meine Frau. Ah, okay. Es ist ein Zufallsereignis. Also, Frau Schmoll, Sie haben Glück gehabt. So, du wiederum. Du setzt hier mal kurz die Ab. Wird auf. Nein. Nein. Sicher. Du sollst bitte das hier herstellen. Hey, Moment. Hier war schon jemand schneller. Oh, Lothar. Mensch, danke. Alles klar. Dann wieder abbrechen. Und. Ah, nee. Warte. Er macht noch zu Ende. Und jemand macht gerade... Die Produktion wurde unterbrochen. Ja, ja. Ich weiß. Ich hab sie auch gerade abgebrochen. Nee, nicht Helga. Sondern Robin. Ich geb ihm jetzt alle. Mal gucken, ob er sie noch braucht. Dann. Muss ich nochmal alle durchgucken. Ah, nee. Erstmal Daniela. Moment. Daniela, Daniela, Daniela. Verzeiht mir, wenn ich jetzt ein bisschen durcheinander wirke. Es ist bei mir halb vier Uhr morgens. Wo ist Daniela? Ich kann hier gerade unmöglich weg. Achso, sie ist doch gar nicht angekommen. Ja, also, äh, wie gesagt, es ist halb vier Uhr morgens bei mir. Ich kann einfach nicht aufhören. Ich mach einfach nur immer kleine Päuschen zwischendurch. Ich bin einfach so gehypt jetzt momentan davon, wie es hier gerade läuft auf dem Spielstand. Und auch mit den ganzen Neuerungen, die ich würdig, würdig toll finde. So, jetzt gehst du nach Hause. Und dann bist du da angestellt. Aber vorher muss dein Sohn, äh, nicht Sohnemann, dein Ehemann, auch noch nach Hause. Total vergessen. Die müssen natürlich auch noch versuchen, ein Kind zu bekommen. Jaja, hier geht es um Helga, genau. War zu erwarten. Bewerberliste geschlossen. Äh. Mein Haus? Da ist mein Haus. So. Achso, Mensch, Robin. Ja. Robin. Du. Wasch dich. Wird erledigt. Lothar ist auch wieder unterwegs. Sehr schön. Oh, da hinten wurde wieder kräftig eingekauft und nur wenig verkauft. Die Produktion wurde unterbrochen. Wo denn jetzt schon wieder? Bin beschäftigt. Lothar. Hä? Was ist los, Lothar? Was ist dein Problem? Hat er auch noch versucht, einen Blumenstrauß herzustellen? Hat aber nicht mitbekommen, dass der gar nicht mehr hergestellt werden soll? Scheint mir so. Sind denn jetzt beide da? Beide sind da. Gut. Dann. Komm, die sind beide noch wunderbar fruchtbar. Ja, 100%. Viel Spaß. Ach, Mensch, der fällt mir ein. Ah, gut. Alles gut. Alles gut, Robin. Alles gut. Sie sind beide schwanger. Sehr schön. Robin, bist du gewaschen? Ja, bist du. Dann hatten wir die Magdalena uns ausgeguckt. Ist sie denn noch frei? Und wenn ja, wo steht sie? Alida, du kannst aufleveln, falls du es nicht mitbekommen hast. Äh. Oh. Es hat sich alles wieder neu gemischt hier. Ich muss wieder neu gucken. Schade. So, bin ich mir da um 20 Jahre, wäre schön. Dorothea, Level 10. Wie sind ihre Werte? Oh. Charisma 8. Maximum an Level. Okay. Nicht unbedingt die klügste, aber sehr charismatisch. Was ihr wiederum einen hohen Ansehensbonus bringt. Ja. Alles klar. Die wird es sein. Dorothea ist auf welchem Stand Jungfrau. Also schon höher als wir. Wir heiraten hoch. Bestätigen. Sicher. Ich muss gerade sowieso wieder ein bisschen auf Gate warten. Bin beschäftigt. Für die nächsten Schritte. Ähm. Ich wollte gerade sagen, hast du es dir jetzt anders überlegt oder worum rennst du? Die ist aber flink unterwegs. Junge, Junge. Dorothea, warte mal. Hallo. Autsch. Oh. Jedes Mal dieselbe Ecke, wo ich gegenlaufe. Ah. Da haben wir sie. Äh. Moment. Klugheit bin ich ihr voraus, ne? Ich hab vier. Sie hat drei, ne? Zwei. Ich bin hier, ich bin klüger. Charisma kann ich aber mehr punkten, ob... Warte mal. Ich, ähm, bin gerade verhindert. Ich hab fünf Charisma. Patrouillen müssen sein. Wie geht's? Das verstehe ich gerade nicht so, ehrlich gesagt. Ich bin gerade beschäftigt. Ja, ja, ich weiß. Ich will dir ja helfen. Gut, nehm ich halt, obwohl ich es nicht verstehe, das hier. Ach, ne, Quatsch. Mein Charisma zählt da wieder gegen ihre Klugheit. Ich vergesse das jedes Mal, ne? Meine Dame, ich würde gerne mehr Zeit in eurer fesselnden Gegenwart verbringen. Okay, den Text kennen wir auch schon. Ja, warum nicht? Juppie. Dann, Blümchen, 96 Prozent. Sehr schön. Das geht schnell. Ähm, junger Mann, würden Sie bitte Ihr Getränk woanders konsumieren? Sie sind ein wenig im Weg. Es ist sehr unhöflich, was Sie da tun. Toast, Toast und doch mehr Toast. Ja, geh doch deinen Toast an. Ne, das ist da hinten. Der Mann, also, Entschuldigung. Jawohl. Gehen Sie bitte zu... Oh, wessen Hund ist denn... Nein. Warte mal. Hat sie einen Wachhund dabei? Oh, wie geil ist das denn? Jetzt läuft der Wachhund hier mit. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Der ist mir vorhin schon aufgefallen, als sie hier langgelaufen sind, die beide. Oh, wie süß. Cool. Ich hoffe, dass er gerade... Ne, er lungert nur herum. Okay. Ihr wünscht mich zu sprechen. Ich spreche die nochmal an mit einem Kompliment. 86 Prozent. Das sieht doch schon mal sehr hervorragend aus. Oh, ich sehe gerade, sie ist katholisch. Ich hoffe, sie hat nichts dagegen in eine nicht-religiöse Familie zu heiraten. So, wir nehmen wieder Charisma gegen Klugheit, ne? Es ist ein hübsches Gewand, das ihr tragt. Ihr wisst euch zu kleiden. Die Texte kennen wir ja schon. Das hat funktioniert. Aufstieg bei einem Familienmitglied. Dass ich das noch erleben darf. Er wird nochmal klüger. Also. Dann nochmal ein bisschen tuschen. 79 Prozent. Schon ein bisschen riskant. Wir probieren es trotzdem. Die Augen füllen sich mit Freudestränen. So sehr sind sie von eurer Schönheit verzaubert. Das klappt. Das hört man schon manchmal an den Dialogen. Oh, 25. Das hat sie sehr gemocht. Sehr schön. Ja, sie ist fast so weit. Komm, Küsschen. Jawohl. Oh, der hat mal auf den rosa Brötchen daneben. Besser als Theater, oder Volker? Moment, Trollinger? Der hat uns getrollt. Macht, dass du alleine ziehst. Der hat drei Minuspunkte, um an mir zu stehen. Verfatz dich du, sonst schau dir das Brötchen woanders hin. So. Wir möchten heiraten. Ja, 97 Prozent. Drei Prozent der Chance, dass sie Nein sagt. Kann passieren. Jawohl. Jawohl. Zu Befehl, mein Herr. Meine Dame. Wenn ich eure Hand reiche, ihr wisst schon. Ja, ich will euch heiraten. Sehr schön. Ihr seid einer Liebschaft eingegangen. So, und diese Ehe werde ich jetzt nicht in der Kirche vollziehen. Denn das schulden wir unserer verstorbenen Frau. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Wo ist denn hier? So. Genau diese dort. Das geht schnell. Wenn ich euch meine Hand geben würde, würde ich es nehmen und mich zum glücklichsten meiner Welt machen. Wir heiraten jetzt hier sofort an der Ort und Stelle. Meine Liebste, ich will euch hier und jetzt heiraten. Ich möchte es offiziell machen und euch heiraten. Aber ich will keine große Hochzeitsteremonie in einer Kirche. Geben wir uns einfach hier und jetzt das Ja-Wort. Ich bin einverstanden, mein Liebster. Sehr schön. Lasst uns hier und jetzt heiraten. Wunderbärchen. 80 Einflusspunkte. In diesem Ring nehme ich euch zu meiner Ehefrau. Das war doch nur 79. 80? Ach nee, einer ist wieder angst zugekommen. Zeitgleich, okay. Mit diesem Ring nehme ich euch zu meinem Ehemann. Und der Hund kommt mit. Wunderbar. Jetzt haben wir eine Ratte und einen Hund. Jetzt noch eine Katze und einen Esel und einen Hahn. Und dann können wir nach Bremen ziehen. Obwohl, eine Ratte war nicht dabei. Aber wir müssen wissen, wie es ist meine. Wunderbärchen. Wir sind frisch vermehlt. Natürlich werden wir auch frisch vermehlt. Und unsere Pflichten erfüllen. Wo ist sie denn? Da. Ich bin gerade verhindert. Muss natürlich sein. Finde ich. Ich finde es einfach authentischer, wenn der Erbe und die Ehepartner zusammen immer die obersten drei Punkte... äh, obersten drei Ränge in der Dynastie einnehmen. Ich hätte jetzt auch irgendjemand anders nehmen können, natürlich. Achso, warte mal. Apropos. Äh. Zack. Ich lasse schon wieder nicht die Zeit verstreichen. Ich weiß. Daniela. Anstellen. Tu Erwachsenen-Sachen. Die Enkel sind noch ziemlich jung, ne? Jaja, ein Jahr alt. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug. Ist was nun? Ihr seid da? Wunderbar. Dann. Achso, warte mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Er mit 38, frisch nach dem Verlust seiner Ehefrau. Puh. Immer noch 100 Prozent. Alles klar. Das ist Dauerproduktion, ne? Da geht nix verloren bei ihm. Der lässt nur nix anbrennen. Wunderbar. Dann. Küsschen brauchst du nicht, oder? Was ist? Ist ja noch 100 Prozent. Wunderbar. Ich bin zur Stelle. Machen wir's. Oh. 50 Prozent nur? Oh. Mit 24 ist sie doch nicht mehr so fruchtbar, obwohl die Ruth mit 36 und sechs Kindern immer noch 48 Prozent oder so ähnlich hat. Wow. Alles klar. Dann muss es doch ein Küsschen sein. Äh, Laurentius, du störst ein wenig. Ich weiß, du warst schon immer der Eigenartigste von den dreien, aber... Bitte geh. Was ist? Du weißt ja, wie das funktioniert. Du hast es eben gerade noch selbst probiert und geschafft. Sie tanzen noch, die beide. Alles klar. Amisch, ich lasse schon wieder auf Halbzeit laufen. Ja, Mann. Es tut mir leid, Leute. So langsam lässt die Konzentration doch nach. Aber ich zieh's noch schön durch. So. Ähm. Hier. Nee. Da. So. 61 Prozent, schon deutlich besser. Wird erledigt. Drücken wir mal die Daumen. Vielleicht wird's echt noch ein Vierter. Wer weiß. Vielleicht sogar ein Supertalent. Ein würdiger Vertreter vom Hannes dann. Das stimmt. So, wie sieht's eigentlich aus hier mit dem Geld? Ich hätte gern welches. Wo ist es? Kuchen sind in Produktion? Nö. Es fehlt wieder an Fett. Nur neun Fett? Oh je. Aber. Ich hab ja jetzt wieder ne. Ich brauch aber dafür 6000 Gold für den Lagerraum. Und dann zieh's aber durch, dass ich den Lagerraum hier wirklich reinsetze. Und die Produktion komplett darauf anpasse. Oh. Bratwurst für 500 verhökert. Nice. Jetzt hab ich's endlich gesehen. Da war ich beim letzten Mal zu nah dran einfach. Das ist immer überm Gebäude. Alles klar. Das sieht man gerne. Wenn die Bratwurst für 500 rausgeht. Immerher damit. Moment, warum hab die Obst hier rumliegen? Ach, das war startgut, ne? Ja, okay. Das war zum Start. Oh, schön. Für 500. Normalerweise bringt die Bratwurst deutlich weniger. Wenn man sie direkt verkauft hier. Für 300 irgendwas. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh, hat's denn funktioniert? Oh. Leider nicht. Na gut. Dann tut erstmal eure Dinge. Ich muss natürlich noch... Ich bin gerade beschäftigt. Unserer Dorothea sagen, dass ich hier auch Dinge tun darf. Oh, Moment. Warte mal. Dorothea. Warte mal. Das seh ich ja hier. Moment. Geh nochmal nach Hause. Endlich. Alter, was hat die denn alles bei sich? Junge, Junge. Moment, was ist das hier? Zum Thema Geldsorgen habe ich das Gefühl, die haben wir jetzt nicht mehr. Also Dorothea ist noch nicht im Haus. Jetzt ist sie im Haus. So. So. Was bringt das? Heimlichkeit minus Ansehensbonus. Machen wir so. Dorothea. Ich will dich wirklich nicht ausnutzen. Aber du bist jetzt meine Frau. Und deswegen wirst du auch alles für die Dynastie tun müssen. Also gebt gefährlich sein Erbe weg. Achso, da besticht gerade jemand jemanden. Wer denn? Trollinger. Besticht die Frau Gödenheimer. Ist ja interessant. Genau die beide, die mich nicht mögen. Interessant. Das ist ja schon fast wie eine Verschwörung hier. So. Das Zeugs. Geht raus. Das Zeugs geht ebenfalls raus. Der Silberring. Einfluss zu gewinnen kann sehr gerne drin bleiben. Das Eisenarmband bringt ja eigentlich nur Rüstung. Und hier haben wir noch. Das ist alles nur für den Kampf. Das geht alles raus. Das auch. Die Goldkette, die bleibt. Der Wurfi bleibt auch. Natürlich. Den kann ich nicht weggeben. Das tut mir nie. Also beim besten wenig. Nee. Auch wenn er ein schönes Sümmchen ergeben würde. Aber nee. Der bleibt. Den mag ich. Und der war lieb. So. Na dann. Dorothea. Jetzt kannst du loslegen. Ich bin dann mal dezent ein wenig reich. Ich will dann erstmal in den Lagerraum. Haus. Allerlei Tant. Ja. Geil. Es passt noch. Aber auch nicht überall. Man kann auch leider nicht manuell drehen. Das geht nicht. Es sind wirklich immer Snap Points, die vorgefertigt sind. Kriege ich das irgendwie schöner hin? Na ja. Geht so, ne? Oder hier noch irgendwo? Nee. Leider nicht. Oh. Doch. Da. Da geht's. Und der Marktstand da wird nicht beeinträchtigt. Ne? Weil ich finde den niedlich. So ein Tante-Emma-Laden. So ein kleiner, ne? Beschädigen. Och geil. Also. Wie angepasst, ne? Jetzt könnte hier sogar noch ein Podest hinpassen. Aber ich finde die Podeste ehrlich gesagt nicht so schön. Sie sind effektiver beim Einfluss zu gewinnen. Okay. Aber man muss die immer manuell benutzen. Und reparieren. Und blabliblub. Ihr will. Was gibt es? Ähm. Was hältst du denn davon mal weiter zu arbeiten? Geht wieder nicht? Mahlzeit. Mahlzeit. Geht wieder nicht. Weil Elsa einfach ewig in drei Tage von Otters Leben aus läuft. Oh Gott. Es wird wirklich Zeit für das Lager. Haus, ey. 1500 Einflusspunkte für den Junker. Na gut. Nein! 16 Uhr. Moment. Halt. Stopp. Ah. Ah. Bewerben. Ach. Geht ja gar nicht. Stimmt. Ich brauche noch einen höheren Titel. Mist. Bis wann? Bis vier Uhr. Okay. Okay. Äh. Robin. Du hast gerade eh nichts zu tun. Du. 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 hast da vollständigkeitschaft im Ratshaus. Hau rein. Das geht schnell. Wie gesagt, er muss seinen Frust und seine Trauer in Energie umwandeln, in Ehrgeiz umwandeln. Und mit der neuen Frau hat er sich sowieso gerade die finanzielle Mitte dafür erworben. Es ist einfach, es ist irgendwie melodramatisch, ne? Ah, das macht er jetzt direkt bei ihm. Einfach mal 847. Und frisch in dem Moment ist das Parfüm weg, natürlich. So. Du tust mal wieder arbeiten. Ähm. Warum gehst du dazu hier hin? Was stimmt nicht mit dir? Egal. Wir können uns jetzt den höheren... Titel immer noch nicht erlaubt. Nein. Es hat nicht gereicht. Ui. Oha. Okay. Ähm. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Das ist schon mal gut. Komm, wir haben noch bis 4 Uhr Zeit. Ich kann... Ich... Ich kann jetzt ein bisschen auf Risiko spielen. Jetzt gehen wir erstmal da her und sagen, das Lagerhaus benötigt jetzt gewisse Regelungen. Lagerregel für Fett. Mindestens 20, Maximum 120. Warum 120? Weil die Lagerslots hier auf 120 hochgehen tatsächlich. So. Darf verkauft werden? Beschaffen sag ich erstmal ja tatsächlich. Ach wohl. Ich mach erstmal anders. Ich sag erstmal 40. Sonst holt er mir zu viel auf einmal. Apropos. Ich brauch Vorklechte. Ja. Auch nochmal. Noch mehr. Wir brauchen jetzt richtig viele Vorklechte. Ach Gottchen. Das geht ja bloß noch 4. Ich hab's vergessen. Das waren mal 8. Egal. Hol sie ran. Hol sie ran. Dann. Brauchen wir... Fleisch. Und zwar sowohl Rinderfleisch. Na. So. Ach, hier geht nicht beschaffen? Wieso nicht? Nein. Ihr sagt bloß, der geht ja automatisch danach, was ich herstelle und was nicht. Aber dieses Beschaffen ist doch hier für den Einkauf gedacht, ne? Wenn diese Option aktiviert wurde, werden automatisierte Vorklechte alle jene Gegenstände beschaffen, die für die Produktion benötigt werden. Sie werden außerdem versuchen, den Lagerstand dieser Waren mindestens auf dem jeweiligen MINT-Bestand zu halten. Zusätzlich werden automatisierte Arbeiter diese Waren nicht produzieren, da sie erwarten, dass die Waren... Ja, okay. So, zack. Da ging grad Farnbräu und Wurst rein und wieder raus. Ist aber schlecht, Leute. Das soll gelagert werden bei uns in den Dingens. Egal. Ähm... Jetzt wird's kompliziert. Das ist 4 Uhr morgens. Schön. Okay. Ich mach's anders. Ich lass das jetzt erstmal, weil ich hinlaufen und beobachte, was wovon wie viel gelagert wird. Und werde irgendwann auch die Einlagerung verbieten. Ah. Äh, ja, ja, ja. Fangen wir jetzt schon mal an damit hier. Gerste. Will ich nicht. Null. Raus damit. Schweine. Na, ist es... So. Schweine. Null. Zack. Raus damit. Oh. So, die Gerste wird aber jetzt dummerweise nicht verkauft, ne? Na doch, wird bald, wird bald. Sobald wieder ein Pool gleich da ist, wird verkauft. Alles klar. Fischöl kann verkauft werden. Ah, ne, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Fischöl. Äh, Moment, Moment, Moment. Ne, das ist Baderhütter. Hier. Fischöl. Doch, 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 kann ruhig zum Lagerhaus gebracht werden und vom Lagerhaus dann zum bestmöglichen Markt verkauft werden. Finde ich in Ordnung. Ist okay. Ja, doch, kann man so machen. Verarbeiten wir ja nicht das Zeugs. Aber, was wir verarbeiten ist Mehl. Klar. Der Schneesturm wütet im Blatt. Okay, wir haben wieder zwei Schneestürme auf einmal. Natürlich war man nicht. So, Moment. Wir brauchen... Mehl. So, beide Sorten, sag ich jetzt erst mal. Franz! Der Franz ist da. Und der ist lila Laterne. Lila Laterne. Purple Lens. Ja, naja, wer weiß, ne? So, ihre Wahrnehmung ist beinahe einzigartig. Ihr seht fast alles, egal ob bei hellem Tageslicht oder in der schwärzesten Nacht. Damit kriegt ihr eine höhere Aufmerksamkeit und auch komischerweise Kraft. Der Franz! Der Franz muss sein. Ha, da kommen die Zwillinge. Der Dritte kriegt die Zwillinge. Alles klar. Also, das ist echt so eine Dopplerfamilie, ne? Zwei Frauen, Doppelhochzeit, Zwillinge. Ah, schön. Guni Gunde. Ach, jetzt habe ich nicht geguckt, ob sie Dingens hatte. Egal. Hier gehen wir auf 40 wieder, genau. Hier haben wir wieder 20. Da auch wieder 40. Oh. So. Aber Gerste an sich habe ich doch wirklich verboten, ne? Nein, habe ich nicht. Ich hatte Gerstenmehl drin, ich Depp. So. Es soll nicht geholt werden. Es soll verarbeitet werden und dann verarbeitete hergebracht werden. So, ihr Lieben, passt auf. Ich mache das jetzt mal so. Ich werde jetzt mal zwischen der jetzigen Folge und der Folge, die ihr um 18 Uhr sehen könnt, also ab 18 Uhr sehen könnt, werde ich jetzt mal die ganzen Lagerregeln hier einstellen. Werden auch mal alle Produkte durchgehen, die ich jetzt momentan habe oder vielleicht auf die ich auch als nächstes umsteigen möchte. Haben wir ja auch noch vor uns. Und dann erstmal schön gucken, dass ich das alles eingestellt bekomme und dann werde ich wahrscheinlich im Jahre 1422 gegen circa 4 Uhr morgens mit euch dann gemeinsam hier anfangen. Aber vorher, eine Sache noch. Nein, auch nicht. Moment, sondern dahin. Der Junker. Die 30.000 kloppen wir jetzt auf den Tisch. Und die 1.500 Punkte auch noch. Glückwunsch, euer unermüdlicher Tatenbrang hat euch die Erlaubnis eingebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. Junker. Sehr schön. Damit darf ich jetzt jemanden auf eine Überseereise schicken. Das ist sehr rechtschaffend, sehr großzügig und sehr diplomatisch. Außerdem, wie bei einer Fernreise, könnt ihr auch bei der Überseereise ein Erwachsenesmitglied eurer Dynastie ausschicken, um euch Kunde und das eine oder andere Wertvolle von fernen Orten zu bringen. Allerdings ist eine Überseereise langwieriger und durchaus gefährlicher. Dafür könnt ihr hier sicherlich mehr erwarten. Kostet aber auch saumäßig viel Geld, wie man sieht, ne? Dann gibt es noch die Möglichkeit, jemanden an den Hof des Monarchen zu senden. Mit dieser Maßnahme könnt ihr eines eurer Kinder, welches nicht euer Erbe ist, für ein paar Jahre an den Hof des Monarchen entzünden. Dort wird euer Kind in der hohen Kunst der Politik unterrichtet und die Bürger werden daob nur in den höchsten Tönen über euer Kind sprechen. Eure Kinder können jeweils nur ein einziges Mal an den Hof gesandt werden. Auch saumäßig teuer, aber guckt euch mal an, was es an Einflusspunkte bringt. Einfach mal drei fette tausend Einflusspunkte plus Ansehensbonus. Plus Erfahrungspunkte, plus der Bonus. Also das zahlt sich dann schon richtig aus, wenn man die Klise dafür gerade übrig hat. Und ab jetzt dürfen wir einer Gede beitreten oder auch wieder austreten. Ab jetzt darf ich auch ein riskantes Würfelspiel in der Taverne spielen, was dann schon wieder eher in die, ja, nicht so hellen Machenschaften geht. Und, weswegen ich den ganzen Bums jetzt gemacht habe, das höchste Amt darf nun betreten werden. Das höchste, äh, die höchste Ebene, so. Noch nicht das ganz höchste Amt, ne? Denn zum Landesherren fehlt mir noch ein Bürgerstatus. Den brauchen wir noch unbedingt. Sonst geht's nicht. Wir müssen Adelstand erreichen. Problem ist jetzt nur natürlich, wie mir einfällt. Ich kann die Bewerbung immer noch nicht absenden. Ich brauche zum Bewerben 350 Erfahrungs... Äh, Einflusspunkte. Mist. Aber ihr Lieben, lange, überlänge, wieder mal wieder ein paar Minuten drüber. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach um 18 Uhr wieder rein. Ciao. Ciao.